Ihr seid beliebt, jeder liebt euch und ihr seid die Besten in der Klasse? Vergesst es, ihr seid nur ganz normale Schüler. Schaut euch unser neues Video über Erwartungen und Realität in der Schule an. In der Schule werde ich ein Basketballstar sein. Ich kann am besten werfen. Wow, er ist der neue Michael Jordan. Phil, du bist der König des Basketballs. Du bist der Beste. In Wirklichkeit bin ich gar nicht so gut. Schaut euch an, wie ich werfe. Phil, du hast das Fenster getroffen. Loser. Ups, sorry. In meinen Träumen ist das Lernen kinderleicht. Zwei plus zwei ist gleich... Vier. Ganz genau, vier. Gute Arbeit. Ihr seid alle Junge Einsteins. Aber in Wirklichkeit ist alles viel schwieriger. Wer kennt die richtige Antwort? Kommt schon. Oh, eine leckere Banane. Niemand? Es ist ganz einfach. Schaut her, Schüler. Hallo, was ist los mit euch? Ihr versteht gar nichts, oder? An meiner Schule werden alle Mädchen in mich verliebt sein. Das ist für dich, Phil. Und das ist von mir. Hier, das ist auch für dich. Wow, ich habe so viele Verehrerinnen. Das ist so toll. Das ist für dich. Danke. Sogar die Lehrerin ist in mich verliebt. Ich habe eine 1 plus bekommen. Ich bin der King. In Wirklichkeit bin ich auch bei den Mädels beliebt. Hey, Phil. Kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen? Und mir auch? Und mir? Was? Das wollte ich aber nicht erreichen. Hier sind eure Tests. Ich habe sie alle kontrolliert. Puh. Oh nein, die Glocke. Ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Du bekommst eine schlechte Note. Das ist unfair. Mein Spind ist immer ordentlich und aufgeräumt. Oh, eine Orange. Ich liebe mein Leben. Aber in Wirklichkeit sieht mein Spind eher wie ein Schrottlatz aus. Hier war irgendwo eine Orange. Nein, nein. Komm her. Ich habe sie gefunden. Oh, eine Orange. Danke. Und das muss alles zurückgehen ins Spind. Hey. Hilfe. Ich sollte ordentlicher sein. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Und das ist eine Idee. Ich habe sie gefunden. Und das ist eine Idee. Und das ist ein Diplom-Film. Und ein Koffer voller Bargeld. Und ein Ticket zu einem glücklichen Erwachsenenleben. Warte, nein. Es ist nur eine Pizza. Geh und liefere sie aus. Das ist das Erwachsenenleben, Mann. Schatz, hier ist dein Mittagessen. Das ist alles gesundes Essen. Danke, Mom. Hier sind die Autoschlüssel. Du kannst meinen Jaguar nehmen. Danke, Dad. Okay. Ich gehe dann mal. Bye, bye. Unser Baby ist so groß geworden. Ich werde sie vermissen. Schatz, hier ist der Müll. Kannst du ihn mitnehmen? High Five. Reingelegt. Viel Spaß in der Schule. Okay, ich gehe jetzt. Ja, sie ist weg. Wir können machen, was wir wollen. Der Unterricht ist vorbei. Phil, bitte bleib kurz hier. Ich muss was mit dir besprechen. Wir müssen über den Test reden. Wow. Okay. Ich mag dich, Phil. Dieser Mob mag dich wirklich sehr, Phil. Kannst du den Boden nach dem Unterricht wischen? Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin so müde. Ich schlafe gleich ein. Oh, da schläft jemand ein. Süße Träume, Phil. Hier ist dein Lieblingskissen. Weck die nicht auf. Phil soll sich etwas ausruhen. Die Realität ist viel härter. Leute, Phil ist eingeschlafen. Sehr gut. Wir kleben ihn an den Schreibtisch. Und machen ein paar lustige Selfies. Weck den nicht auf. Du schläfst im Unterricht? Das geht gar nicht. Du bekommst heute eine Sechs. Haha, Loser. Wach auf. Was? Was ist hier los? Ich mag meine Klassenkameradin. Die sind für dich, Amanda. Wow, danke. Wir werden miteinander ausgehen und für immer zusammen sein. Das wäre toll. Die Realität sieht aber anders aus. Die sind für dich. Ich bin allergisch. Ups, tut mir leid. Das wusste ich nicht. Okay, dann werde ich die Blumen der nerdigen Ellie geben. Oh, die sind für mich? Das ist aber süß. Beweg dich, Amanda. Ich bin aber deine Seelenverwandte. Wir werden romantische Dates haben. Und für immer zusammen sein. Wie schön. Wow. Guten Morgen, Schüler. Hier ist mein neuer Hit. Wow. Unsere Lehrerin ist ein Rockstar. Du bist so cool. Juhu. Wir sind deine größten Fans. Die Realität ist gar nicht so cool. Ähm, guten Morgen. Mein Name ist Miss. Langweilig. Hey, wo sind die ganzen Schüler? Oh, ich habe meine Sachen vergessen. Ich liebe es, im Unterricht zu sein. Weil ich meinen eigenen VIP-Sitz habe. Phil, ich hoffe, dir geht's gut. Hier ist eine frische Brise. Nur für dich. Sitzt du auch bequem? Ja. Kellnerin, kann ich etwas roten Kaviar haben? In Wirklichkeit ist Phil's Sitz nicht so bequem. Ich lege ein Kaktus auf den Stuhl. Hey, es hat nicht funktioniert. Es macht ihm nichts aus, auf einem Kaktus zu sitzen. Ah, verstehe. Phil hatte einfach nur Glück. Berechnet die Wurzel von Pi und erhaltet die richtige Antwort. Amanda, du hast diese komplizierte Aufgabe gelöst. Du bist ein Genie. Du hast dir diese Trophäe verdient. Weil du die schlauste Schülerin auf der ganzen Schule bist. Glückwunsch. Dividier das Ergebnis durch die Quadratwurzel des Kreises. Und ihr erhaltet die richtige Antwort. Sehr gut, Amanda. Aber was hat das mit dem Thema zu tun? Amanda ist echt seltsam. Wir haben gerade Erdkundeunterricht. Ups. Der Unterricht vergeht wie im Flug. Was ist das? Die Klingel? Ich bin gerade erst angekommen. Der Unterricht ging aber schnell vorbei. In Wirklichkeit zieht sich der Unterricht ewig hin. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Wie spät ist es? Was? Es sind gerade erst fünf Minuten vergangen? Wie fandet ihr unsere Erwartungen und die bittere Realität? Schreibt uns, welche Erwartungen ihr hattet. Und wie es in Wirklichkeit war. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Dr ballet. Drritt auch auf die Glocke. Danke. Zu blending. Vielen Dank.